Jo Leute, damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Auch heute schauen wir uns an, was in den Shop kommt und dann gehen wir auch direkt schon mal drauf, denn der ist auch schon in drei Sekunden da. Und dann mal schauen, eine Sekunde. Und okay, die Surf-Hexe, wie auch immer man die ausspricht, ist zurück mit der Hacke. Und hier gibt es immer Socks, okay. Hier drunter gibt es einmal das Farbenwirbelbomber-Paket. Okay, okay, tägliche Sachen, neue Lackierung. Okay, okay, okay. Marvel-Sachen auch noch am Start. Der Thanos-Skin hier, kann ich auch kurz nochmal zeigen, so sieht er aus. Passend hier mit dem Schnips im Mode. Und der Rest ist auch noch hier geblieben von den ganzen Marvel-Sachen. Okay, dann mal gucken, was unten am Start ist. Kosmischer Sommer, Goldene Sand-Paket und die restlichen Sachen. Auch der Strandbrot ist von gestern, ist noch hier. Und auch alles Sonstige ist geblieben. Okay, hier fehlt ein Paket. Ich weiß gerade nicht genau welches, aber hier fehlt auf jeden Fall eins. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir erst da oben an mit der Surf-Hexe. Auch die ist nochmal zurück. So sieht die aus. Die hat ja auf jeden Fall noch einen zweiten dunklen Stil. Den Dämonen-Stil halt ist okay. Okay, dann gibt es noch ein Rückenteil dazu. Und diese Hacke, die leider aber keinen anderen Stil hat. Okay, okay. Ich habe aber nachgeschaut, der Skin ist zurück nach 300 Tagen. Die Hacke ebenfalls nach 300 Tagen. Okay, dann gibt es einmal Socks daneben. Ist nach einem Monat zurück. Ich dachte schon, das wäre neu, aber nee. Dieser Ikonentanz ist nach einem Monat zurückgekommen. Ich glaube, war bis jetzt auch nur einmal im Shop. Okay, okay. Dann gibt es noch einmal Totenschütze daneben. Nach einem Monat zurück mit dem Rückenteil hier. Dann gibt es einmal noch die Hacke und diese Lackierung. Alles ein Monat her. Darunter geht es nochmal Farbenwühlbomber das Paket. Auch nach einem Monat zurück mit dem sehr, sehr nicen Skin. Im zweiten Stil nochmal. Dann gibt es hier ein Rückenteil und noch die Hacke im Paket. Kann man sich auch nochmal einzeln holen. Dann geht es nochmal die Kira zurück. Auch die nach einem Monat nochmal am Start mit dem Rückenteil, mit ihrer Hacke und dem Gleiter. Und es gibt nochmal die Zinkerzenkünstlerin. Auch einen Monat her gewesen mit dem Rückenteil hier. Und dann gibt es noch den Provisorium dieser Schrottskin, kann man sagen. Auch der einen Monat her. Und an der Stelle könnt ihr gerne ganz kurz einmal meinen Code hier eingeben. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann gehen wir zu den täglichen Sachen, wo es einmal den Phoenix gibt. Schon ein bisschen seltener. Ist auf jeden Fall 190 Tage her. Schon gut selten. Auch nochmal am Start. Sehr, sehr nicer Skin. Dann gibt es hier noch einmal Pizza Pyjama. Auch dieser Skin ist sehr cool. Ist halt ein Spaß Skin. Einfach im Pyjama, wo ein paar Pizzen drauf sind und so weiter. Ist cool gemacht. Das Rückenteil, glaube ich, auch noch im zweiten Stil. Ja. Im Käse-Stil und im goldenen Stil. Auch das zwei Monate her. Dann gibt es eine neue Lackierung. Kristall-Schwing. So sieht die aus. Nicht animiert. Kostet er 100. Okay. Ehrlich gesagt jetzt auch nicht so krass. Also für den Preis jetzt lohnt sich das ehrlich gesagt nicht. Dann gibt es noch, kommt schon 70 Tage her. Und es gibt noch Planetensonde. Und da habe ich schon gedacht, dass das selten sein wird. Und zwar ist das 413 Tage her. Okay. Also schon sehr selten. Einfach mal jetzt hier ein Geleiter am Start. Okay. Auch schon sehr, sehr alt aus diesen 3. Dann gibt es noch Lama-Wippe. Auch einen Monat her. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lustig aus. Ich denke mal, die meisten sollten das auch kennen von Spielplätzen. Das kenne ich noch als Kind. Da war ich immer früher drauf. Ganz cool auf jeden Fall. Auch das, wie gesagt, Monat her. Und es gibt noch den ganzen Marvel-Shop. Mit all den Marvel-Sachen sind, wie gesagt, immer noch alle geblieben. Habe ich am Anfang schon kurz gezeigt. Und das war es dann eigentlich auch schon zum Shop.